Hier sind die Aufenthalte aufzutragen. Sonderfahrt Was? Türe schließen Was? 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 Die Ansagen kennt ihr Etage 8 Türe öffnet Türe öffnet Ah, die Richtung am Herzen What? Oh, was ist öffnet? Okay Ähm Ähm Äh Wie gehen wir jetzt weg? Verdammt Was ist das? Ach so, guck mal Leute Wir haben Destination Destination Mit C4 Aufzug Ey, warte mal Ich glaube ich lag da Da war Sonderfahrt Ich weiß nicht Mir ist viel getrunken Ah Das ist echt cool Mit sogar Destination Wow Echt cooler Aufzug Ich will hier gleich die Ansagen aufnehmen Aber die Ansagen ist der gleiche Der gleiche Ansagen 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 kommt hier oder hier Etage minus 4 Türe öffnet Vorzugsfahrt Türe schließt Wieso Vorzugsfahrt? Leute Wieso sagst du Vorzugsfahrt? Aufzug A2 Etage A8 Bitte zum Aufzug A2 Taft Und die Vorzugsfahrt Leute Tür öffnet Türe öffnet Sagt es uns am Hast du ja keinen Tür schließen Asso ja keine hier Aha Was nochmal Aber ich wollte anecken Hier sag nicht Fortzugsfahrt Leute, machen wir einen Aufzug mit die Vorauszugsfahrt. Hä? Ich ruhe mich bitte. Sie haben mir den Schüssel nicht angemacht. Es ist einfach Vorauszugsfahrt. Ich bin einfach mit die Vorauszugsfahrt. Etage 8. Türe öffnet. Fahrtrichtung. Türe schließt. Diese Ansagen kenne ich. Das kenne ich. Das Ding sagte auch beim Putzaufzug. Das ist die gleiche Frau Stimme. Ich werde gleich die Ansagen aufnehmen. Und Etage 8. Die Ansagen mag ich ein bisschen fließend. Ich werde gleich die Ansagen gleich mal hören. Etage minus 4. Türe öffnet. Das ist das letzte Video für heute. Und dann fahre ich mal nach Hause. Ich nehme auch die Ansagen auf und dann fahre ich nach Hause. Dann bin ich noch raus. So wie ich gewinnt. Etage 0. Türe öffnet. Vielen Dank für das Schüssel. Woher kommen Sie hier? Tür ist schüssel. Ach, meinst du, meinst du, meinst du, meinst du, meinst du, meinst du, meinst du. Ich wollte noch einmal den Aufzug fahren. Wo? Ich, 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 ich. Ja, wir sind zu da.